und speichert auch immer wenn man da durchgeht mit der rechten maus was ist denn das ach das ist umschalten ne mit a keine ahnung mit der rechten maus der feinde viel zeit geschuldet sanke ich nun zu boden wurffackeln retten so manches mal das leben ok also es sieht so aus als ob ich die wurffackeln jetzt erstmal lernen müsste damit kann ich umschalten ok das ist der linke trigger ja ich muss noch abstand halten wo kam die alle her da muss irgendwo im nest gewesen sein aber muss immer rückweg offen halten ja 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 ich bin da auf dem klo könnten somi hocken danke irgendwas habe ich gefunden sein dass ich jetzt lang langsamer schießt hat sich so an denn ich bin da geht es auch nicht weiter also müssen jetzt hier oben lang der war der ist doch schon erledigt immer schön auf abstand halten und da war er gegangen jetzt muss ich alleine klarkommen jetzt mal da kommen einige da unten was ist das hier nächste stufe vor 500 so viel geld habe ich nicht ja ich will aber den ausbauen das ist ja mein komische froschdings da kiks hier sieht man auch so schlecht das ist noch so einer kommen wir mal hier hin das ist noch so einer das ist noch so einer ich war auf 500 ich habe keine ahnung wo ich noch den rest der kohle herkriegen soll vielleicht gibt es noch irgendwo ein geheimnis was rum nicht ich guck mal wie weit die noch zurückkommt ach so da ist ein schluss weil da wurde mich der typ verlassen hat ich habe keine 500 naja irgendwann haben die 500 voll am nächsten mal ja ja das um die waffe das ist mein ich glaube 80 mehr kann ich nicht haben oder das ist noch ein bisschen mit dem ja oh shit das ist das ist das ist das ist ja auch gar nicht so gut die schruttflinte was das mit dem nein 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 das ist 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 Ja, der macht schon mehr. Ja, der hat ja unheimlich Schaden, oder? Na, treffen muss man schon. Gut, dass der so langsam ist. Der hat ja unheimlich viel, aber jetzt ist er gleich weg. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Holy fuck! Is there anything even human? What's going on here? Naja, ich glaub... Ich war auch gar nicht in der Nähe! Ah, scheiß Ding! Ja, guck mal, wie viele Punkte die Leute haben, was haben sie da gemacht? Das ist doch nicht normal! Naja... Ich hab noch nicht mal alles eingesammelt. Ich hab noch nicht mal alles eingesammelt. Ich schütze mal auch unendlich Munition. Ich verstehe dich zwar nicht aber... Ich schieße mal auf alles, was sich bewegt. Ich hab noch nicht versehen. Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute... ein bisschen fetter ein bisschen Ich fahr einmal drüber. Ich fahr einmal drüber. Okay, we'll see those guys like this. It's almost clean now. That's a bit of the people. A good deed is just time. You humans have to stick together, right? But also everyone. How can you do so many points? They have just got together. Everything is sheeted. I would be carried for it even further away. I couldn't accept it. My left is to work there. But somehow, I'm going to go away. Yes, this is one. I'm going to go. The question is I'm going to go away. Boom. What direction should I actually do? Yeah, I'll just look at it. 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 What's up, what's going on? What's up, what's up, what's up. What's up, what's up. Ah, noch einer. Die sind gut getarnt. Die sieht man dann nicht. Ja, erstmal da lang. Mach mal fosch. Dann kann ich den da durchschießen. Noch so ein Frogger. Dann kann ich den da durchschießen. Dann kann ich den da durchschießen. Dann kann ich den da durchschießen. Nächste Stufe. Come on, man. Ich hoffe, das besser ist. Ich hoffe, das ist gut. Ich komme her